Welch ein Freund ist unser Jesus! Oh, wie hoch ist er erhöht! Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Wenn des Feindes Macht uns droht und man Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet. Da erweist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Erretter, der erhöht ein Ernstgebet. Sind mit Sorgen wir beladen, sei es früh oder spät, hilft uns sicher unser Jesus, fliehen zu ihm wir im Gebet. Sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet. Oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. ARD crowd in einem Fall ist zu Ott negócio. Die Deine Vielen Dank.